Als 19. Birchallhorst, der Stall In Bethlehem klopfte Josef wieder an die Tür einer Herberge. Bitte helfen Sie uns, bat Josef. Meine Frau bekommt ein Kind und braucht Ruhe. Es tut mir leid, ich habe keine Zimmer mehr, sagte der Wirt. Gibt es nicht irgendeine Bleibe für uns, fragte Josef. Der Wirt hatte Mitleid mit den beiden. Er führte sie zu einem kleinen Stall. Hier habt ihr zumindest ein Dach über dem Kopf, sagte er. Er führte sie zu einem kleinen Stall. Er führte sie zu einem kleinen Stall. Musik Musik Musik